Aloha meine Lieben, dieses Video ist für all diejenigen, die sich etwas Neues in ihrem Leben gewünscht haben. Heute ist ein besonderer Tag, denn wir haben den 9.10.2023 und in der Nacht vom 9.10. auf den 10.10.2023 öffnet sich ein Portal. Dies ist eine Botschaft, die von Erzengeln an uns Menschen übermittelt wurde und du kannst heute Nacht durch Räuchern deine alten Energien loswerden und wir haben diese Woche eine Neumondwoche. Das bedeutet, dass all das, was du jetzt nochmal loslässt und all das, was du dir für deine Zukunft wünscht, nun auch in Erfüllung gehen wird und dich begleiten dabei die Erzengel. Diese Nachricht ist wichtig für all diejenigen.